Ah, so. Oh, verdammt. Ja, ihr habt geträumt, genau. Diese scheiß Stühle, ne, die sind echt gut platziert, muss man ganz klar sagen, ey. Oh. Jetzt hat der gerade wieder was getrunken. Jetzt beide was getrunken? Das wäre ja nicht schlecht, ey, wenn du die alle ausschalten kannst, indem du da vergiftest. Wo ist denn der? Scheiße, wenn er mich sieht. Also, er trinkt ziemlich viel. Ganz schön durstig. Warst du gestern saufen oder so, dass du heute Nacht Durst hast? Ah. Ich häng fest. Ja, ich meinte, das ist eh schon wieder vorbei. Oh. Oh. Noch einer? Ja, ich kann nicht gehen, ich kann nicht gehen. Aber es hätte sogar fast klappen können, ne. Wenn der jetzt nicht so schnell gekommen wäre und ich noch einen Heiltrank genommen hätte. Hätte das sogar fast klappen können. So, der ist weg. Oder? Ja, der ist weg. Jetzt dreht der sich natürlich gerade um. Komm, dreh dich wieder um. Ach, scheiße. Ach, scheiße. Die hören das, wenn man da reinkotzt. Das, ich glaube, ich nehme mir nur das Medaillon und geh wieder. Die Tür habe ich ja offen. Du, komm, trink, geh. Genau, tschüss. Nächster, kommt. Kommt. So. Wäre das. Ich frage mich echt, wie man das halt machen soll, weil der hört das. Der hört das. Ähm. Alter. Dieser dusselige Stuhl. Ja, komm, geh wieder. Ja, alles in Ordnung. Da war nichts richtig. Der geht sogar da wieder rüber. Okay. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Dann gucken wir mal hier. Weil hier wird ja auch nicht besser, höchstwahrscheinlich. Können die mich da noch sehen? Ähm. Mann, 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 Mann. Da ist was zum Klettern. Aber, naja. Mal ganz leise hier hochschleichen. Was ist das für eine Tür da? Na, kann hier auf jeden Fall nicht durch. Das wird sich wahrscheinlich noch irgendwo irgendwie öffnen. Hm. Tricky, tricky. Da ist auf jeden Fall wieder was zu trinken. Aber der steht ja wieder direkt davor. Ist ja wieder genau so eine Situation. Wo geht denn der jetzt hin? Da hinten einer? Nee. Doch. Verdammt. Wenn der jetzt nicht da kommen würde, wäre ich jetzt rausgesprungen und hätte den Kerl ja ins Kreuz getreten. Ach, da hinten sind auch die komischen Kakerlaken. Na, super. Hm. Aber hier scheint das Vergiften doch durchaus machbar zu sein. Hm. Wo kommt der jetzt lang? Da. Juhu. Der wandert aber ziemlich weit, hä? Alter Schwede. Oh, verdammt. Ah, da steht auch noch einer. Oder ist der dat? Ich glaube, ich bin hier gerade in einer blöden Situation, weil so viel Blickfeld habe ich ja gar nicht. Oh. Okay, da scheint einer was getrunken zu haben. Wo gehst du hin? Du kommst hier wieder vorbei. Aber, was ist mit ihm passiert? Ja, was ist mit ihm passiert? Verdammt. Ich kann jetzt leider nicht beobachten. Ich glaube, er steht nämlich direkt neben meiner Kiste. Wo ist denn der hin? Ach, da hinten ist er. Hat der jetzt auch getrunken? Fällt auch um? Ja, super. Das macht die aber fein jetzt bei. Kann ich dem was klauen? Nein. Hast du was Interessantes bei? Nein. Ja, dann können wir uns ja mal um den da hinten kümmern. Liegt hier was? Nö. Ich höre da wieder einen. Wo höre ich denn den? Ah, da unter mir. Strange. Da liegt mir der doch. Genau bei dem vor der Naht. Du kommst nicht hier hin. Nein, du kommst nicht hier hin. Oh. Ah. Da hinten wäre noch einer gekommen. Das hätte sich also auch wieder von selbst erledigt. Oh, 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 oh. Das ist aber gemein, dass die Metalljungs mittlerweile immer vor den Nasen direkt von irgendjemandem liegen. Ziemlicher Hammer. Wollen wir mal hier lang? Was macht denn der, der da steht? Ah, Mann, das ist doch unglaublich. Ich kann mich nicht unsichtbar machen. Verdammt. Ja, komm, tötet mich. Ihr seid eh zu zweit. Okay, das dauert aber lange. Ich sollte eine Flasche Amber trinken. Dann könnte ich mich auch aus so einer Situation rausmogeln. Säure habe ich ja auch eine Flasche. Okay. Und da steht einer. Und da steht einer. Beide stehen aber einfach nur darum. Wo ist denn das Messer schon wieder hingeflogen? Das ging doch beim besten Willen wieder nicht dahin, wo es hin soll. Ja, ja, komm. Ich nutze das jetzt mal, um mich hier ein bisschen umzugucken. Da ist nämlich noch einer. Okay, hier ist noch einiges los. Hier ist noch einiges los. Da muss man also noch ganz schön taktisch vorgehen. Oder vorsichtig vorgehen. Taktisch. Naja. Verdammt, da war mir Minecraft abgestürzt. Äh, Minecraft sag ich schon, Alter. Ja, ich bin das von Minecraft so gewohnt. Oh, das war die falsche Taste. Äh, den Absturz habe ich jetzt auch für eine Aufnahmepause genutzt. So mehr oder weniger freiwillig. Von daher könnte es sein, dass ich jetzt erst mal wieder reinkommen muss. Ich denke mal, im Schnitt wird es man gar nicht merken. Dadurch, dass der Tod da war und sowieso der Ladebildschirm, fällt das gar nicht so auf. So, da hinten der Typ, ähm, ja, mir fehlt nämlich echt die Orientierung jetzt. Da hoch müssen wir. Hier war ein Medaillon, richtig? Hm, gut. Und den Kerl da irgendwie, ach, da liegt ein Medaillon. Ja, dafür müssten wir den Kerl ausschalten. Genau das. Ist das irgendeiner, der jetzt sehen könnte? Wahrscheinlich nicht. Wir müssen nochmal hier hoch. Ja, wird mal unaufmerksam. So. Papp. Verdammt. Steht da noch einer auf der anderen Seite. Ist ja wohl nicht wahr. Wo ist denn der? Ach, da. Okay. Ähm. Ach, die lasse ich einfach mal hier liegen, oder? Würde ich mal sagen, den lasse ich einfach mal hier liegen. Was machst du hier? Ähm. So, tschüss. Oh. Das hört sich an, als wäre hier jetzt eine Schabe unterwegs oder sowas. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Da kam einer hochgerannt. Ach, das ist so ein Vieh. Wo kommt denn das hergerannt? Das ist ja wohl der Brüller? Ja. Na. Warum kann ich dem Vieh nichts tun? Ey, was ist denn das? Ich konnte es nicht töten. Der versucht zu töten. Da dreht er es sich um und ja, dann ging nichts mehr. Super. Ist das also auch nicht drin. So ohne weiteres. Ich bin. Ich bin.